Ich rotze schon drauf. Du musst versuchen auf den Rucksack zu schießen. Oder auf den Kopf. Oh, jetzt kommt er aber hier. Er ist voll in euer Bienenstock gelaufen, geil. Ich habe den Bienenstock geschmissen dahin. Ich dachte nicht, dass er dahin geht, aber er ist genau reingerannt. Aber er versucht oft, diese Sachen kaputt zu machen. Wenn du einen Beschützturm aufstellst, dann läuft er auch drauf zu und versucht es kaputt zu treten. Warte, lass ihn reinlaufen. Lass ihn einfach reinlaufen, guck. Bop! Geil, ey. Geil. Ey, wenn das keinen richtig geilen Dude gibt, dann weiß ich auch nicht. Alter, ich habe gerade... Das kann doch nicht sein. Ich habe gerade 111.000 XP bekommen. Yo. Ja, klar. Weil du mit uns hier heftig am abstürmen bist. Du bist so bestimmt auch gleich 30. Alter, ja, kurz davor und scheiße. Das ist kein Witz. So, wo ist jetzt hier der ganze Lüge? Das macht schon wieder Laune. Los, lass gleich das nächste Mal. Da vorne ist die nächste. Da vorne ist die nächste. Yo. Ja, aber da gibt es auch 124.650 XP. Kommt ihr? Nein. Ja. Hey, aber in andere Richtung. Aber der macht bestimmt... Nee, ich habe hier eine ausgewählt. Wo denn? Bei mir hier in die Richtung. Hey, ich habe doch auch gerade eine ausgewählt. Ach so. Ich habe die weiter runter ausgewählt, so eine Side Mission. Ja, genau. Aber die wird mir hier in die Richtung angezogen. Drone Crash Site heißt sie. Das ist wirklich geil, ja. Heißt deine auch? Drone? Ja. Genau die habe ich auch ausgewählt, ja. Ja, okay. Dann gehen wir da. Ohne mich? Hier lang geht das. Ja, genau. Da zeigt es mir auch lang. Alleine. Vielleicht haben wir uns missverstanden gerade. Alleine? Mhm. Nice as shit, ey. Ach so. Kannst du mal. Dieser Sunset is nice gerade. Mhm. Irgendwann. Das fehlt echt nur noch Norm, ne. Das ist ein bisschen schade, Alter. Ambron. Ja, ich muss erstmal wieder ein kommunizieren, diese Geschichte. Der war letzte Woche, wo wir ging es gar nicht. Er hat bei irgendeinem Echo ausgelöst hier. Ja, ich auch. Jo. Geht direkt los. Geil, direkt hier Loot, Alter Oh, nice Musst du mal oben landen? Ja Jo, was geht denn hier ab? Geil Sieht nice aus Alter, kommt hier hoch Hier geht es gleich richtig ab Ja, warte kurz Hier ist alles vertreten Tick, Trick und Rack sind da Ja Donald und seine Freunde Miggy-Maus steht auch oben da Daisy Daisy Nee, Daisy Daisy, Daisy Guckt wieder Filme im Container Jo, warte Warte mal, wo kann ich mich denn hier mal in Schutz bringen? Pass auf, du kannst dich da anstellen, wo ich hingehe Ich gehe runter in die Mase Kann sich einer da hinten um den Sniper kümmern? Ja, ich Ja, warte, pass auf Ich gehe langsam wieder Trotz, wirf du Gleich dein heftiges Speednest da rein Und ich latze hier gleich diesen Scharfschützen weg Ja, warte Aber da musst du mir kurz eine Minute Kurz geben, dass ich, weil da blinkt man So ein scheiß Licht Okay, jetzt könnte ich, warte Warte mal, warte, warte mal, warte mal, warte mal Bitte ganz kurz Ja, okay, das war zu spät Oh, sorry Ja, aber ich hab ihn halt direkt weggelatzt, ne Das war schon echt vor einem Minute Da hat er mich noch weggelatzt, der Affe Oh, dieses Irgendwie das so pervers Aber mein Stück hat noch funktioniert, oder? Ja, meine hat auf jeden Fall auch funktioniert Ich hab jeden Fall da unten richtig schön reingesetzt Jetzt hat diese zwei Typen da weggemacht mit den Schiltern Ja, ich hab auch draufgeschossen Oh, kurz, alter, was ist denn mit dir? Bist du wieder tot? Jo, ja, ja Aber ist okay Nein, ich lass mich nur spawnen, weil ich bin genau auf der anderen Seite Ja, nee, da kommen wir jetzt echt nicht hin, ey Ich war fast auf der anderen Seite und da hat mich dann einer umgerotzt Du hattest, du hattest, irgendeiner hat schon geschossen oder irgendeiner hat die Drohne gestaltet, die ist nicht zu früh gestartet Obwohl die losgestartet sind, haben die mich natürlich an der Seite gesehen Hier ist einer, hier ist einer, Felix Ah, okay, sorry, ne? Äh, sorry, meine, zwei Ah, okay Jo, 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 hab ihn, hab ihn, hab ihn Eine Frau war's Gender So Boah, es ist so ein Teamworkierter, unfassbar Nice Holy lord Oh my god That ass is so big Oh my gosh, look at this I like big butts and I can't not lie And the other brothers can't deny Deny The hyenas must have taken it Maybe not, I've got eyes on two bodies They look like a civilian militia Alter, der Track, ne? Is so Ma, anaconda, don't Ja, genau Ma, anaconda Hahahaha Stimmt Warte, ich hol dir gleich mal meine anaconda raus Hahahaha Ich hab zwar nur noch drei Schuss mit der, aber die ist auf jeden Fall jeden Penny wert Hahahaha Ma, anaconda Hahahaha Der war geil Oh, ey, klasse Oh, der Loot ist wieder so pervers, dass ich ihn gar nicht aufnehmen kann Der ist einfach zu viel, weißt du Porno Ja, ich hab ne Sonnenbrille, ne neue Echt? Wo? Ja, hier hinten ist ein gutes Lager Alter, kurz Ah, ich hab nen neuen, äh, neuen Hund bekommen Natürlich auch geil Alter, geil Ich glaub hier hinten geht's auch weiter Kommen wir denn hier jetzt rein? Ja, ich glaub hier hinten geht's weiter Guck mal, aber hier drinnen, das hab ich vorhin schon nicht verstanden Alter, ich hab den Kran bewegt, warte mal Wie geil ist denn das? Guck mal, äh, hier, äh, Checkrotei, komm mal kurz her Guck mal, wie kommt man da rein, Alter? Guck mal, wie kommt man da rein, Alter? Guck mal, wie kommt man da rein, Alter? Warte, warte, warte Oh, oh, hier ist einer mit der Gatling, Leute Helfen wir mal wieder Oh, oh Ach so, warte, 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 ich weiß es Du musst von oben drauf schießen Warte, warte 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 Ey, ihr müsst, ihr müsst mir grade echt mal helfen Ich hab, ich bin richtig am Arsch Ja, ich bin tot Ich bin leider zu früh gestartet Ja, jetzt schieß nochmal oben drauf, damit ich endlich hier dieses Zeug kriege Jetzt, jetzt kannst du Oh, ja, geil, Mann Ne, wie sieht das aus? Kann mal einer so in meine Richtung so kommen? Ja, wir kommen Wir kommen gleich bei dir, warte kurz Wir müssen kurz den auf den Loot einsammeln Oh, jetzt bin ich tot Ach, das ist natürlich doof jetzt Boah, ich habe aber eine geile neue Sniper gekriegt, ey, puh Ich bin tot, Alter, deine scheiß Sniper interessiert mich grad wenig Okay, wo liegste, du Loser, Alter Oh, warte, wir werden von hinten beschossen, wie kann das denn sein? Alter, er liegt, er liegt ganz vorne, natürlich, mitten im Feld, ey Hinten, habt ihr ne Weiß? Das war bei mir eben ganz, ganz vorne, also Ich bin immer mittendrin Das dürfte ja mittlerweile bekannt sein Oh, dieser Beam-Stock ist einfach so geil, ey Pass auf, ich versuche zu kurz zu kommen, gib mir mal Rückendeckung Mach ich, bin voll dabei Okay, ich versuche jetzt mal den da mit der Gatlin auszuhebeln, okay? Ja Geh dich, du bist ja schon wieder vorbei Ey, das ist einmal nur pervers Ich lieg hier, bitte Ich bin gleich selber tot Ja, 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 ja Tschüssi Alter, wie er da oben da sitzt, Alter, wie geil Wie King Louie, Alter Ne, er schossen und sitzt aber da, als wenn er hier, wie Kurt Cobain, ey Nice Ach, jetzt weiß ich, was du mit Kran bewegen meintest Ich hab den einen Kran bewegt und da hat der, äh, hat der angefangen, äh, auf mich zu ballern mit ner Gatlin Ja, check Dann hab ich, dann hatte ich natürlich gedacht, dass, äh, einer von euch mal, äh, so ein bisschen ansatzweise zumindest mal so kommt so, aber... Quatsch Ihr wart ja mit irgendeiner scheiß neuen Striper-Waffe beschäftigt Sorry, der Loot war wichtiger Ja, hab ich nicht gekriegt Ey, das ist genau wie, äh, wie, ähm, Namhorn, weißt du? Der läuft halt auch immer vor und dann ist halt klar, ne? Ja, du bist der neue Namhorn, Alter Jetzt vergleich mich mal bitte nicht mit diesen, äh, drittklassigen Spieler, ja, also Wahrscheinlich ist das... Ah, übrigens, es kommen jetzt paar Leute, ne? Yo Wie er da sitzt hier, Alter Tschüss Tschüss, ihr Trottel Rechts kommt einer, um den kümmere ich mich Eine Frau war es, sorry Oh, Mann, ey, wieder verreckt Ich hab aber auch keinen, äh... Direkt vor meinen Füßen liegt er, ey Ja Ich stand an der Gatling hier, die ganze Zeit, da ist natürlich null Schutz, ne? Nee, da ist echt kein Schutz Ja, easy, komm Keine Chance Wo sind jetzt der zweite Zivilien, Alter, äh, Zivilien hier, ey Wo ist denn der? Dieser Zivilien Dieser Zivilien Alter, wo ist denn dieser Zivilien hier, Mann? Wir müssen wahrscheinlich die Tür aufmachen und dann ist er dahinter, oder? Ja, das kann gut sein, aber erstmal hier den Loot einsammeln Ja, aber so gib ihm, Alter Nicht, dass jetzt Kurt gleich wieder hier losmarschiert und denkt, boah, wo sind die beiden und wir sind halt immer noch den Loot einsammeln Ja Das passiert mir nicht nochmal Nee, nee, seid ihr bereit? Ich gucke aber erstmal, was ich hier so alles habe So, auf geht's, Leute Damit beschäftige ich mich später Blaue Kiste Ah, hier ist auch noch was Nice Äh, Feinkontakt, ciao Äh, wieso, wo? Rechts durch die Tür und dann geht's ab Mach's? Nein, nein, nein Jakutti ist wieder am Hasbro oder was? Ah, ich dachte Warte, ich komm zu dir, bleib liegen Oder komm Nee, ich komm zu dir Warte, komm her, komm her Hier, bist bei mir, komm her Ich heil dich Komm noch ein bisschen näher Ich kann zwar nicht, also wenn du mich reißt, dann kann ich mich immer nicht bewegen Ah, perfekt Ah, okay, okay Aber es geht... Alter, hier ist hinter mir einer, hinter mir einer Ah, ja Jetzt kann ich mir erstmal wieder ein bisschen Amor reinbamsen Oh, 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 da oben Oh, 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 da oben Boah, der Bienenstock kommt grad gut auf, Alter Ja, ja, ich hab grad grad... Der ist schon pervers, dieser Bienenstock, der Oh, da oben ist hier der Scharfschütze, der wird jetzt hier gleich mal kurz Rechts hinter uns ist einer gewesen, ich weiß nicht, ob den einer gesehen hat Könnte bei dir sein, Kurz Was, bei mir? Ja Oh, damn, Alter, so ein Geil, drüben ist auf jeden Fall einer, ich hab ihn gerade gesehen Ah, hier, jetzt brennt Alles klar, nee, ich hab hab Ich komm von hinten an rein, jetzt ist er oben Krass Knie nieder, du Bauer, der Meister ist zu Gast Knie nieder, du Bauer, der Meister ist zu Gast Diese Ossi-Sprüche hier immer, ey Klassiker, ey, Knie nieder, du Bauer Was hast du nochmal gesagt, so, wenn man so Kraft anwendet, Rotz, Wasserspucke, was weiß ich, was ging das nochmal? Kraft Männer Wassersuppe meinst du? Ja, genau Was war das nochmal? Kraft Männer Wassersuppe Kraft Männer Wassersuppe, Alter, wie sie labern, ey Geil, ey Ja, der Kollege, Alter, der hängt hier mal kurz am Kran, ey Warte mal, was müssen wir hier überhaupt machen, ach so Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Was müssen wir mal machen, ihr Kollege, hängt hier erstmal kurz am Kran, ey Kranplätze müssen verdichtet sein Kranplätze müssen verdichtet sein Kennen die das? Was? Kranplätze müssen verdichtet sein Mäh Kennen die die Gruppe reinstellen, ey Originale Nichtskönner Deswegen sind die auch nicht in der EU Weil die am Leben vorbei rennen Das ihr das nicht kennt, das gibt's ja gar nicht. Ist halt ein Kranfahrer, der halt irgendwo in Polen oder so irgendwas aufbauen soll. Und kommt da hin. Alter, was ist jetzt hier los? Das ist richtig, wissen wir das. Alter, Leute. Der steht auf einmal neben mir, knallt mir hier ein paar Kugel um den Kopf. Junge, könnt ihr auch mal aufpassen. Ich komme hier gerade wegen dieser ganzen Dunkelheit nicht klar, Mann. Kannst du nicht mal mit dem neuen Fernseher holen können? Echt, ey. Oh, Goddammit, Alter. Ich bin hier unter euch. Oh, Alter, ich bin zu, ein Schauspiel, das ist ja brutal, ey. Ein nach dem anderen, one shot, one kill, das ist ja klar. Ich lach dir. Wie du dir die Tasche voll haust, oberhammer. One shot, one kill, das ist ja klar. Hey, hier ist der Loot, aber ohne Ende. Cash. Oh, was? Kill up, SHD. Ja, Alter. Ey, hier ist so eine Custom M80s. Ach, irgend so ein Scheiß Shotgun-Ding. Mit einem Damage von 54.000, ey. Kann man mal machen, ey. Aber ganz locker. Geil. Direkt mal was mit 282 gekriegt hier. Nur guter Loot, Mann. Wir müssen mehr Side-Missions machen. Oh, wer hat jetzt hier schon wieder was ausgelöst, Mann. Rate mal. Kurz, Alter, war so klar, Mann. Er ist gleich wieder als erster tot, ich seh's schon. Oh, ein Heavy. Good morning, Mr. Heavy. Fuck, der Heavy läuft hier. Äh, nicht gut. Ja, ich schieß doch schon mit Rauch, Leute. Ich hab recht nicht gekonnt. Oh, ich bin tot. Papa ist doch da. Da kommt so ein komischer Typ auf die Zuge ran. Ja, genau der. Warte, ich komme mal zu dir gerobbt. Robb, robb. Ja, mach mal. Komm mal her. Ja, es sind alle tot, glaube ich. Ne, doch nicht. Aber es gibt noch ein... Warte, da kommt noch einer angelaufen. Links, 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 links. In dem... Ja. Kommt noch einer. Ja, viel Proficiency, Alter. Oh, die eine hat mich hier unter Drohung gesetzt, ey. Alter, man, fick mich. Ach, ich... Ach, sieh. Chords ist Marsch. Ja, ich wieder. Ja, wieder mal. Ich muss unbedingt meine Waffen und mein Equipment mal ein bisschen wieder hochskillen. Ich hab jetzt die ganze Zeit eingesammelt und nie irgendwas... Die schießen zweimal auf mich gefühlt und dann bin ich tot, ey. Oh, komm, knall mich endlich ab, du Affe. Ich spawne den neu. Komm hierher. Ja, schaffe ich nicht. Ich glaube, bis dann bin ich verreckt. Ich komme. Oh, Gott, Alter, ey. Ja, ich kümmere mich hier um den anderen. Weg ist er. Ja, ich war tot. Ich war gerade weit hier. Ja, es war... Knappe Geschichte. Korz, Alter, weißt du, stürmt halt auch immer rein, ne? Ich höre ja immer noch Feinde. Können das sein? Hm, hm. Na doch, warte mal. Irgendwas knallt hier, hier hinten. Was schepperten hier, Alter? Ja, ihr Knatter, das war ich, ey. Mach, außerhalb von dem Dings, äh, knallt das wirklich. Das kann ich jetzt gewesen. Ja, definitiv. Hier, Shepherds, irgendwo richtig heftig. Außerhalb von dem, äh, Gemäuer hier, von dem Zaun. Shepherds. Äh. Yo, find Kontakt, der da direkt vor uns eigentlich. Warte, ich war im Menü, ey. Haben wir uns aber noch nicht. Haben wir uns aber noch nicht. Siehst du, ist hier vorne, hier Shepherds? Wollen wir die schnell wegrotzen? Ja. Ach, das sind unsere Leute. Nee, aber hier vorne stehen. Wo schießen die drauf? Da oben. Ach, das ist ein Heavy, Alter. Hey, ich bin mal wieder. Hey, ich bin mir da. Oh, oh, oh. Keine Chance. Hm. links du da hinten kommen noch ein paar hier auch nicht gerade hier war lila sogar ich stelle mich hier rechts hin hinter dir ich glaube die schicken gleich ein auto los es 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 Das war's. Hier oben Alter Geht wieder ab, Alter, bei euch Oh, da oben ist ein Heavy, Alter Oh, da oben ist ein Heavy, Alter Alter, jetzt mal ganz im Ernst Hier stimmt doch was nicht, ey Hier braucht es die ganze Zeit Ja gut, ist ja klar, weißt du wieso? Weil ich jetzt das neu freigeschaltet habe Und alles rot war halt Ähm, bedeutet, hier sind überall Gegner halt Unendlich viele halt Okay, ich komme wieder zurück zu euch, glaube ich Ist der Heavy tot? Nein Nee, der ist ja noch bei mir Scheiße, Alter, ich bin gerade mitten in ihn reingelaufen Ja, wir müssen ihn hier nur so ein bisschen weiter rechts hinkriegen Okay, schau mal Jetzt ist er weg Holy fuck, ey Nice, Alter, am Campus ist er ready for completion Jetzt kommen neue Leute Ich gehe nach oben Ich komme mit Jo, ich auch Links kommen auch bei mir Links kommen auch bei mir Die Links sind noch ein, zwei Und Animal leader detected Okay Ah, von da rechts komme ich auch nochmal in A-Scholl Yo, ich bin jetzt Level 30 Geil Das heißt, bald geht es auch los mit dieser ganzen I-Hit-Geschichte Nee, das geht erst Stronghold Capital Weil ich war nämlich auch vorher Level 30 Und dann, äh, konnte man Im Endeffekt, das, äh, ging dann erst los Ähm, nachdem Kinder und ich dann hier dieses Capital Hills Stronghold gemacht haben Was ist das? Das ist eines dieser Strongholds Genau Mission oder was? Ja, genau Ja Die, die rot sind da Wo wir schon mal davor standen Und gesagt haben, da wollten wir hin Und konnten es aber nicht machen Weil wir noch nicht Level 30 fangen Kannst du dich erinnern? Ja, stimmt Haben wir vorher diese Mission mit diesem Flugzeug gemacht und so Nice, Alter, Endeffektion Ja, keine Ahnung Was passiert denn, wenn wir jetzt bei ihm Muss er alle drei Strongholds, äh, durchzocken? Damit er freigeschaltet wird? Ja Ja Ja, vielleicht können wir ja mal bei ihm eine Stronghold zocken Ja, können wir machen Wo ist jetzt hier dieser fucking Supply Room, Alter? Hier unten Ich hab's zufällig gesehen Dieser fucking Supply Room Ja, wo denn jetzt, Alter? Du musst hier hinten reinkommen Ja, glaub ich Ja, Quartz ist schon da, Alter Finally, Alter Finally Hä? Sag mal, wie hier ist Ja, darunter nochmal, glaub ich Hier ist aber nichts Sind wir hier richtig? Hier, ach ja, doch hier Jetzt, Alter Oh, yes Geil, Alter Hier ist erstmal richtig nice Der Schüssel, ey Nice Ich muss jetzt erstmal hier kurz ins Menü rein Erstmal kurz gucken hier, ey Ich hab ja hier den sämtlichsten Scheiß, Alter Da oben ist leider nix Ah, okay Ich dachte, da geht's gut Oder ist da irgendwas Nee Gut, gehen wir hoch, oder? Ich stehe irgendwo, du Alter, was ist das für ein Mauseloch hier, ey Es ist ein F***-Up-Bottom-Hole Schott-Shit-Hole Scheit Ach so, der Control Officer, der kann ja noch ein bisschen was kriegen hier Wir gut Wir gut, sagt da und hat so gut wie nichts Nah, wir gut Wir gut Alter Das ist wie jetzt, wenn ich hier gerade, äh mich einmal upgrade auf, äh Na, absoluten High-End-Scheiße, ey High-Life, Alter Ey, ich hab hier teilweise noch, äh, Sachen angehabt von Stufe 20 oder so, ne Was? Ja, ich hab das halt nie gemacht Ich hab keinen Bock mehr gehabt, den Scheiß da Wie du drauf bist, Alter Leben am Limit, ey Alter, das ist ein absolutes Leben am Limit Aber Jetzt läuft der Scheiß hier, ich saß hier Aber ganz ehrlich, das ist einer der Core-Principles in diesem Game, ne Also, Loot halt, ne Aber Hauptsache, man macht das irgendwann, klar Boah, ich muss die Schokolade mal an die Seite legen, sonst frisst ich das auf, ey Alter, ich bin direkt so nach oben geschossen, ich sag's jetzt Äh, wie war das nochmal, äh, Fuchsi, äh, wenn man das erste Stronghold zocken will, das geht nur mit Level 30 oder wie war das nochmal? Ne, das erste ging schon mit 28 oder so Ja Man muss aber diese bestimmte Main Mission davor gemacht haben, damit man was machen kann Ach so Umgang Musst du die anderen beiden Strongholds gemacht haben Oder alle drei sogar Um Das letzte zu machen Hast du schon alle Main Missions gemacht, ähm Kurz Wo denkst'n du hin, Alter? Ein Leben nicht Ja, ich frag mich, wie viel bei dir jetzt noch über ist da, oder wie schnell du die Strongholds da Also, pass auf, wir gehen mal davon aus, alles Also alles nicht, aber ich hab halt noch echt Fast gar nichts Also ich hab wirklich nicht viel, muss ich ehrlich sagen Ich hab mal immer mal was gemacht Immer mal was gemacht Also bei mir, wenn wir jetzt bei mir zocken würden Könnten wir Auf jeden Fall sehr, sehr viele, ähm Was ist das? Ja, also in jedem Distrikt gibt's ja eine Main Mission sozusagen, ne So kann man sich das, glaub ich, vorstellen Und, äh Wenn du so gut wie keine Main Mission gemacht hast Dann sind da noch so Zehn Missionen oder so Locker, ey Ja, was heißt Keine Das Ding ist, wir können ja einfach mal auf meine Map gehen Und da sehen wir es ja Ja, lass machen Warte Ich geh mal raus Ich komm jetzt sowieso gerade nicht, äh Einverstanden, Cord, äh Fuchs Jo Warte mal, dann muss ich Ich geh' ich jetzt raus Äh, geh' ich auf Gruppe verlassen, ne Ja Jetzt geht er Jetzt müsst ihr bei mir rein, ne Ja Ja, genau Ja, er lädt noch Ja, er lädt noch Er lädt noch Jo, Alter 283 Gears Hast du echt? Ja, klar Ja, sehr geil, Alter Hast du mal geguckt, ab wie viel du das erste Dings hättest zocken können? 375 Nice Machen wir Hätt ich ja nicht gedacht, so als, als Felix noch bei 12, 13 war, da war ja schon Cord bei 25, hätte ich beinahe gesagt Ja, ja Warte mal, ich geh mir nur kurz mal einen Pulli holen Ich bin kurz weg, ja Ja Kurz, Alter Du musst jetzt ja mal ein bisschen Rambo-mäßig dich mal aufpäppeln, Alter Jo, bin da beinahe So, jetzt guck ich mal direkt auf deine Karte, hier Ja, wenn ich hier schon guck, Alter, sehe ich schon alles, ey Also, ich sehe zwei Zwei Hauptmissionen Ne, drei Hauptmissionen sehe ich bei dir Okay, das ist doch nicht so schlimm, wie ich dachte So, jetzt bin ich wieder da, ja, hätt ich auch nicht gedacht, Alter, als kurz noch, ähm Da es schon so weit war Zu welchen soll man jetzt? Ja, drei Hauptmissionen hat er noch über, das ist überschaubar Also, ich hab jetzt hier, ich hab jetzt hier einen Haupteinsatz, äh Ach, guck mal, da steht Capital Building Level 30, könnte er direkt zocken anscheinend Ähm Wo denn, wo denn? Versuch mal Capital Building auszuwählen Ähm Warte mal, Capital Hill Capital Hill, genau, rechts In East Mall Das ist aber ein Nebeneinsatz Nein, die ist große da Ich weiß nicht, ob sie angezeigt, das müsste ja eigentlich auch angezeigt werden Ne, das ist für mich ein Stützpunkt und das ist Grotes gesperrt Krass, dass das mir anzeigt Also, warte mal Also, hier steht, hier steht zumindest Stürmen Sie das Capital Gebäude, um True Sons President Ellis Akta abzunehmen Äh, Schwierigkeitsstufe 30 zur Voraussetzung Und dann steht halt alles da Genau, du musst halt diese anderen Maps gemacht haben Achso, keiner Capital Und was ist mit dem anderen Stronghold? Links oben, äh, Kurz Rosalind Island Rosalind Island ist auch gesperrt Ach, interessant Dann muss er tatsächlich die Main Missions erst machen, oder was? Ne, du kannst District Union spielen, das geht Aber das ist das, was wir heute auch schon gespielt haben Deswegen Ja, okay Das ist das, äh, beim, äh, Judiciary Square Ach, das Ding Das könnte er zocken, oder was? Das könnte, also ich gehe jetzt drauf Dann steht Nein Nein Dann muss er, dann muss er erstmal die Main Missions machen Ah, weil sowieso Genau, du hast hier diese Main Mission noch nicht gemacht Äh, Space Administration, die musst du machen Und dann Äh, Space Museum Ja, du musst die Main und American History Museum, genau Die musst du auch noch machen, ja Ja, dann wähl mal eine von den beiden aus, kurz Dann machen wir das mal schnell fertig, die eine Warte, die erste, die erste ist hier vorne Wäre die hier Also wir, äh, wir können beide hier Fast Travel hinmachen Also ist egal, du kommst dann einfach mit hin Ja Also welche? American History Museum? Ich hab's schon markiert, American History, ja Okay Gut, also ich bin da American History? Fast Travel hinmachen Ach da, sehr gut Ich kann auch Fast Travel hin Weil wenn wir das alles mal erledigt haben, dann können wir ab und zu mal endlich in die Dark Zone gehen Und da mal so Neuen Wind in die Bude bringen, ey Ja, aber wir müssen eigentlich auch mal wieder eine Runde Battlefront spielen Ja, genau Korts, hast du nicht letztens Battlefront gezockt? Ey, jetzt ohne Scheiß, ne Ich bin übelst festgegangen auf das Spiel Du kannst, das kann, das kann sich wirklich überhaupt keiner vorstellen Ich hab das Spiel zelebriert Ich bin mit, äh, Creavis umhergelaufen So sei dir denn Ich bin ungefähr noch Ich muss nur gerade mal zwei, drei Leute wegspringen Ja, du hättest doch Fast Travel zu uns machen Ja, ja, aber ich bin da relativ schnell gelaufen Also ich bin jetzt echt gleich da Zehn Sekunden, ich seh euch schon Also mit General Greavis Du kannst halt, das Ding ist Früher musstest du ja 7.000 oder 8.000 oder so haben Punkte, um überhaupt erstmal so einen Charakter zu kriegen Und das haben die halt abgeändert auf 3.000 und 4.000, je nachdem Und, äh, ich find halt das Gameplay an sich Find ich, äh, ist geil Jungs, ich muss kurz pacen Ich bin gleich wieder da Und, äh, die haben noch zwei, drei, äh Wie sagt man Also von den Maps und von der Art her Wie man spielt Ähm, haben die so Eroberungsstyle Was geil gemacht ist Wenn du da ein ausgewogenes, äh, Spiel hast Also ein ausgewogenes Team auf beiden Seiten Ey, da kann so ein Spiel auch mal Eine Runde, zwei Stunden dauern, ne Echt, wie soll das? Ja, du hast halt, du hast halt so, äh Fünf, oder, ja, fünf Basen Also A, B, C, D, E, glaube ich Ja, E Ach, das ist dieser neue Modus, ne? Ja, ja, genau Und dann musst du halt Ah, ja Und dann musst du mit E Und dann musst du, äh, in diesen Basen Die musst du einnehmen Und musst da halt, äh, prozentual dich bis auf 100 hocharbeiten Also du musst die Stellung dort halten Und die Leute da killen, ne? Und dann startest du einen Angriff Je nachdem, ob du halt klonend bist Oder, äh, eine Drohne Äh, auf den, äh, auf den Kreuzer Und da hast du nochmal Zusatzmissionen Aber wenn du die Zusatzmissionen verkackst Gehst du wieder runter auf die, auf die Map Auf die Karte Und musst, äh, wieder die Basen einnehmen Und wie gesagt Das kann ein relativ schnelles Spiel sein Was nur 10 Minuten dauert Kann aber, also mein längstes Spiel war zwei Stunden Da haben wir zwei Stunden gebraucht Bis wir, äh, es dann gerissen hatten, Alter Und das macht halt einfach Spaß Weil die halt mittlerweile auch von den, äh, wirklich erkennen Wann welche Spieler wie zusammenspielen Und finden da echt Alter Und finden da echt richtig gute Matches, weißt du Also ich, ich, ich fand's mega geil Ich hab's, ich hab's richtig gerne gespielt Und ich muss auch ehrlich sagen Ich hab angefangen, äh, den Heavy Den, den hab ich jetzt, glaub ich, Level 77 oder so Keine Ahnung Alter, so weit bin ich doch geil Ich hab halt auch schon ewig nicht mehr gespielt, ne? Äh, Level 77 Und fang jetzt halt an Die ganzen anderen Charaktere hochzupushen Und das macht halt auch ultra viel Spaß Mit den anderen Charakteren, ne? Also Also was ich ganz cool fand Irgendwann ist Offizier Ja, den musst du aber vorher skillen am besten Ja, genau, genau Also am Anfang macht's nicht so Bock Aber irgendwann macht's dann halt schon Spaß Und wenn du da bestimmte Skills hast und so Schon cool dann Das Ding ist, du kommst halt In manchen Situationen Äh, bei dem neuen Modus Gar nicht drumherum Also du kommst wirklich nicht drumherum Äh, den Offizier zu spielen Mit dem Schutzschild Weil, äh, ansonsten Überrennen die dich Und du hast keine Chance Da irgendwie überhaupt zurückzuschlagen Ah, okay, krass Aber es ist halt Muss man auch dazu sagen Ähm Oh, hier drin ist ein Heavy Glaub ich Wo? Ja, du musst hier reinkommen jetzt Ah, warte Wo muss ich? Ja, warte, da muss ich Ah, ja, ja Ja, ich bin da Das ist so krass einfach Jetzt, wenn du jetzt hier wieder spielst Und du hast jetzt so heftige Waffen Du ballerst einfach so zweimal drauf Und die sind halt direkt weg, ne? Ja, ja, das stimmt Ich glaub, das war's hier erst mal Also ich wirklich Ich bin schon wieder so Angetan von diesem Battlefront Also das, äh Ja, lass doch nach der Mission Ah, okay, jetzt ist es auch schon 23 Uhr Also ich weiß gar nicht Wie lange ich jetzt noch wach bin Aber Nächstes Mal spielen wir Battlefront Das ist halt witzig Weil ich hab nämlich Das witzige ist Ich hab nämlich K.N. heute, ähm Heute Morgen Hab ich ihm, ähm Das Lass mal auch noch auf ihn warten, oder? Was? Der ist ja noch Pink hin Was soll Okay, sorry Ähm Ja, wir sind schon kurz reingegangen Wo seid ihr denn? Also wo kann ich ihn rein? Innen drin, komm einfach nach Jo Ähm Hab ich nämlich extra so ein Foto geschickt So, weil ich das gesehen hab Ja, äh EA hat mir geschickt hier Ähm Ja, neue Sachen und so Wie das Ähm Und Ja, du musstest halt laden, ne? Also Ja, genau Ich hab aber alles runtergeladen Ich muss noch mal gucken Ob jetzt alles wirklich drauf ist Aber ich glaube, es ist alles Äh Runtergeladen Was meint ihr? Battlefront Ah, ist das ein Update? Achso, ist gerade ein Update drauf? Ja, reden Eigentlich nur kurz drauf ballern Abknallen Fertig Ja, man merkt den Unterschied zu Tier 1 sofort, finde ich Ja, ja, ja Also zu dem, was wir gerade gespielt haben, ist es so krass Leichter Ja, deswegen will ich auch so schnell wie möglich hier durchrennen, also Ja, du musst auf jeden Fall auch langsam Tier 1 machen Am besten schneller als langsam Am besten schneller als langsam, guter Spruch Sooner than later wollte ich sagen, aber es hat nicht geklappt Ja, ja, genau Oh, Klassiker, ey Am besten schneller als langsam Ah, das muss ich mir mal merken für meine Klasse So Leute, jetzt mal eure Aufgaben ganz langsam, aber am besten schneller als langsam Oh, ihr seid wohl beide Lehrer, Lehrer oder was? Ja Ehrlich? Ja Gut, also ich meine Genan ist halt eher der Lernende als der Lehrende, aber ja Welche Unterrichtsfeier habt ihr? Ähm, Mathe und Sport Ich habe Politik ge- Geile Antwort Zauberfuchsi, du gehst ja hier ab wie so ein Metzgehalter Ich habe jetzt so eine neue Waffe, die Gegner sind mir einfach zu easy, ich brauche mal ein bisschen Challenge, weißt du Diese neue Waffe, die ich habe, die lädt so übertrieben schnell in der Hand An diese Mission erinnere ich mich kein Stück Ich erinnere mich voll an die Mission, ich kann mich noch echt gut dran erinnern Von wo kommen die aus allen Himmelsrichtungen, Alter? Okay, hier hinten sind welche wieder Oh, da ist ein Medic, der die Leute aufweckt Ja, der wird gleich weggelatzt, hier Hinter euch Er hat hier eigentlich jemand Rambo verlangt Ich erinnere mich 0,0 an diese Mission, Alter Ja, ich habe die halt als letztes gemacht, ich habe die auch alleine gemacht, kann ich mich noch dran erinnern, dann nehme ich jetzt hier endlich mal hochlevel Wo müssen wir langen? Ähm, hier, ruhig jetzt Jetzt kommen sie von vorn Geil, ich habe ihn noch hinten erwischt Es macht Bock, so ein bisschen Rambo mäßig hier durchzuladen Ja, oder? Es ist richtig geil, einfach mit dem Assault Rifle los und gib ihm hart Äh, hier, Chekoteva stehen jetzt bei mir hier dran Unten, rechts meine ich 283 Geil Aber vielleicht wurdest du hochgelevelt wegen, ähm Ne, ich habe voll viele neue Waffen gekriegt Geil Ja, bei dir steht 335, guck mal 283 Ja, fast Ne, ich habe voll viele Waffen, ich habe jetzt auch wieder eine mit 293er-Score und so, deswegen Ja, nice Ja, finde ich gut, dass du da hochscalst Ah, hier kann ich mich noch dran erinnern, ich saß dann hier oben drin Ja, wo der Kartoffe gekommen ist in die ganze Zeit und hab dann von da oben alle runtergeschossen So ein bisschen ähne ich mich an diesen Troben Ja, mal können die überhaupt was hier, Alter, die Gegner Wo sind die Gegner? Was ist das, Alter? Jetzt kommen sie von hinten Hm- Okay Woist ideeux die Oh Heavy Oh, perfekt Ich muss aber sagen, der Loot an sich ist jetzt hier nicht so geil, weil man jetzt oft auch nur so normale Waffen kriegt und nicht so High-End-Waffen möchte Ja, du darfst auch nicht vergessen, wir sind jetzt auf einer Map von Kords, der niedrige Name Ja, genau, genau Für Kords selber spielst du halt jetzt nicht so die Rolle Ja, wie geht's eigentlich nur um die Mission abzuschließen Die Rolle, ob du jetzt bei uns bist oder wir bei dir Achso, ja Ja, weil du hochgelevelt wirst und du kriegst dann einfach auf deinem Level immer Loot Aber dadurch, dass hier weniger High-End-Gegner sind, also so Specialists und so Kriegen wir halt an sich schlecht Es gibt halt noch mehr Specialists, damit's halt auch schwerer wird und so Ja, okay, check Und die lassen dann ja auch eher noch den, also so High-End-Loot halt droppen, weißt du Und deswegen Wie kam man denn jetzt hier nochmal rein, frage ich nicht, frage ich Hier hinten liegt ein Handy rum Ja, das habe ich schon aufgenommen Aber wie kommt man jetzt hier rein? Oh, da muss es irgendwie so einen Schalter geben oder so, warte mal Einen Schalter? Vielleicht ist hier vorne was Die ist auch? Nee Ah, da ist einer Normal, aber es ist hier in so einen Stromkasten oder so, wo du schießt Was ist jetzt was kaputt geschossen? Ja, ne? Ja, ne? Ja, hier habe ich gerade auf den Punkt, das ist nur schon Hm 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 Find ich jetzt enttäuschend Ich auch Quartz ist schon in den Meppen, Alter Quartz ist schon in den Meppen, Alter Quartz ist schon in den Meppen, Alter Pistol Joe Hm Hm Kommen sie auch von links? I don't know Was hier für Geräusche in dieser Fabrikhalle sind, ey So, und noch ein Heavy? Ja, ich knall ihn gerade weg, alles gut Alles gut Abends, echt so, jetzt ist er weg Was für Geräusche in dieser Halle abgehen, ey Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Special Scheiße Sehr gut Alter, ey, ich stehe da gerade und dann geht die Tür auf und dann laufen die beide auf mich zu, ey Komm, ich lasse dich doch nicht hängen, ist doch klar Sehr gut We ride together, we die together Bad boys for life Ah, yeah Bad boys, bad boys Bad boys What's gonna do You wanna come for Oh man ey, wenn ich überlege, dass ich... Alter, ganz ehrlich Stell dir mal vor, meine Kids wären, oder beziehungsweise ich hätte Kinder und die wären bei euch in der Klasse und die würden bei euch das Wrack voll kriegen und wir sitzen abends zusammen und zocken uns eins hier ab Und fang an Bad boys Bad boys Wenn ich dann zum Elternabend, wenn ich dann zum Elternabend kommen würde, muss ich dann ne PS4 und ne PS4